Musik Du kennst die biblische Begebenheit der Sturmstillung. Die Jünger waren mit Jesus im Boot auf dem See Genezareth unterwegs und auf einmal, unerwartet, kam es dort zu einem Sturm. Es gab einen heftigen Sturm und die hatten alle Hände voll zu tun und sie brachten es nicht hin, das Boot so wirklich unter ihrer Kontrolle zu haben. Und Jesus lag hinten im Boot auf dem Kissen und schlief in aller Seelen Ruhe. Interessant, nicht wahr? Wenn die Jünger im Sturm kämpfen mussten und so richtig schwitzen und in Not und Bedrängnis waren, konnte Jesus schlafen. Warum? Weil all diese Stürme und Widrigkeiten, die uns so schwer zu schaffen machen, nichts sind, was ihn aus der Ruhe bringen kann. Er steht darüber. Er weiß, mit was wir zu kämpfen haben. Es ist alles kein Problem für ihn. Und dann haben die Jünger was Interessantes gemacht. Sie haben ihn geweckt. Und in den meisten Predigen, die man über dieses Thema hört, wird das als ein Zeichen von Schwäche gedeutet. Die Jünger haben selber kein Glauben gehabt. Sie konnten eben den Sturm nicht stillen. Also haben sie Jesus geweckt. Und Jesus nennt sie auch kleingläubig. Aber weißt du was? Es war das Beste, was sie tun konnten. Sie haben Jesus geweckt. Jesus ist das Wort Gottes. Sie haben das Wort Gottes geweckt in ihrer Bedrängnis, in ihrer Notsituation, in ihrem Sturm. Und genau das rate ich auch dir. Wenn du in einer bedrängenden, notvollen Situation bist, wecke das Wort Gottes auf, dass es zu dir spricht. Geh zu Jesus und sag, ich brauche ein Wort. Ich brauche dein Eingreifen. Ich brauche deine Hilfe. Jetzt, du musst diesen Sturm stillen. Die Bibel erzählt uns, dass die Jünger kamen und sagten, Herr, rette uns, wir kommen um. Rette uns, wir kommen um. Vielleicht befindest du dich in einer Situation, wo du sagst, ich brauche jetzt die Rettung des Herrn. Geh einfach hin und sag, Herr, ich brauche jetzt dein Eingreifen. Und weiter geht's. Und er spricht zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, Kleingläubige. Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See. Und es entstand eine große Stille. Jesus hat Macht und Autorität über die Stürme, die Winde, die Wellen deines Lebens. Und wenn er kommt und das richtige Wort spricht, wird all das zur Ruhe kommen. Und es wird Stille eintreten, Ruhe eintreten, wo gerade noch so eine irre Bedrängnis war. Und das, was du tun musst, ist, dich dem Herrn zu wenden und sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche dein Eingreifen jetzt. In dem Sinne, wecke das Wort. Wende dich auch der Bibel zu. Lies die Bibel. Erwarte, dass sie zu dir spricht. Erwarte, dass du ein Rema-Wort bekommst. Das ist etwas, was in deiner jetzigen Situation ein lebendiges Wort Gottes ist. Aus der Bibel heraus. Beschäftige dich mit dem, was die Kraft hat, den Sturm in deinem Leben zu stillen. Dem Wort Gottes. In dem Sinne glaube ich, Gott hat mehr für dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017